So sieht es aus Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Gewinnspiel Video. Ich darf euch ein neues Gewinnspiel präsentieren und zwar in Kooperation mit Activision, die mir diese Preise zur Verfügung gestellt haben, extra für unseren Kanal. Und zwar Freunde, gibt es zu gewinnen einmal das Licht Element Pack mit Nightlight, mit der Lichter Fallentrap und mit dem Sunscrapper Spire. Und Freunde, es gibt zu gewinnen ein Schatten Element Pack mit Nightmare, mit der Darktrap und mit Midnight Museum. Vielen, vielen Dank an Activision für diese Preise. Oben drauf haben sie mir noch eine Chaos Falle geschickt, die es aber separat in einem Gewinnspiel gibt, weil es wäre unfair, wenn ich jetzt nur hier eins draufpacken würde oder nur hier eins. Ich habe nur eine Falle Freunde und die wird es in einem separaten Gewinnspiel geben. So viel schon mal dazu, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal bald drauf freuen. So Freunde, ihr braucht gar nicht viel machen für dieses Gewinnspiel. Ich möchte gerne, dass ihr mir einen Brief schreibt. Und zwar, da sollen dann nämlich drei kleine kurze direkte Fragen beantwortet werden. Ja Freunde, den Brief schickt ihr mir bitte an diese Adresse, die da unten jetzt eingeblendet ist. Ja, Marcel Zierpka, Postfach 1123 in 45732, Erkenschwick. Und in den Brief, Freunde, schreibt ihr mir bitte rein Antworten auf meine drei Fragen. Und zum einen ist die erste Frage, was ist euer Lieblingsvideo hier von unserem Kanal? Also euer aller, 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 aller lieblingsliebstes Lieblingsvideo. Egal ob es das zweite, das dritte, das hundertste, das zweihundertfünfzigste, das dreihundertundachtzigste, das siebenhundertundzwanzigste war, Freunde. Schreibt mir bitte den Namen mit rein, was euer Lieblingsvideo war. Ja, die zweite Frage, die ihr mir beantwortet, ist, was ist euer Lieblingsprojekt? Ja, Freunde, von unseren allen Projekten, die wir hier hatten, was ist euer Lieblingsprojekt? Ob es die Duellkämpfe von damals waren, ob es die Skillvideos sind, ob es die Let's Plays sind, ob es die Bewertungsvideos sind, die Unboxings, die Vorstellungsvideos, die Let's Plays und, ach, was haben wir noch? Die Skillvideos habe ich glaube ich schon gesagt, ne, Freunde, Skyliners Tech Team zum Beispiel, ne, Freunde. Die Livestreams, ist egal, schreibt es bitte mit rein, was ist euer Lieblings-, allerliebstes Lieblingsprojekt? Und als dritte Frage, Freunde, macht, ihr schreibt die mir bitte, was habt ihr für mich für Verbesserungsvorschläge? Was wünscht ihr euch vielleicht auf meinem, auf unserem Kanal, was kann ich euch noch geben, was kann ich verbessern? Ja, das müsst ihr mir bitte sagen, was kann ich verbessern? Solltet ihr schon mit Skyliners Videos zu tun haben, ja, jetzt kommen einige bestimmt, ich soll mit denen Minecraft und so spielen, Freunde, da fehlt mir momentan einfach nur die Zeit, das sage ich euch so wie es ist. Es sollte schon wirklich was mit Skyliners zu tun haben und da könnt ihr euch auch ein bisschen Zeit lassen, ja, denkt darüber gut nach, weil, ähm, ich möchte jetzt wirklich eure Meinung haben, ja, Freunde, weil ich merke selber für mich, dass, ähm, ich ein bisschen nachlasse mit den Videos, mit der Qualität, etc., ich habe einfach momentan nicht so die Motivation dazu, ich sage euch so wie es ist, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, ja, und, ähm, das liegt aber auch viel, das liegt nicht an YouTube, weil mir ja keinen Spaß mehr macht, das stimmt nicht, also ich habe da voll Bock drauf, das liegt halt daran, weil momentan sehr, sehr viel um mich herum ist, wisst ihr, wegen der Wohnung, etc., habe ich euch ja schon mal erzählt, ja, und, ähm, deswegen, da ist ein bisschen die Luft raus, da muss ich mich wieder aufrappeln, die Videos zu machen, ja, und, ähm, deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig mit den Videos und so weiter, ihr wisst Bescheid, ja, Freunde, und um das wieder reinzukriegen, um das wieder zu verbessern, möchte ich jetzt gerne diese kleine Umfrage starten, äh, mit diesen drei Fragen, was euer Lieblingsvideo war, was euer Lieblingsprojekt ist und was ihr euch für die Zukunft wünscht, was wir verbessern, also, was wir verbessern können, alles soll schon mit Skyliners und mit unserem Kanal zu tun haben, ja, also nicht, was ich die Wische machen soll, das interessiert mich nicht, ja, wirklich, was mit unserem Kanal ist, ja, diese drei Fragen bitte beantworten und drunter, schreibt ihr mir bitte, welches Pack ihr euch wünscht, weil es gibt ja welche da draußen, die haben das ein oder andere Pack ja schon, ja, und, ähm, es wäre ja schon doof, wenn jetzt einer das Lichtpack zum Beispiel gewinnt, ja, und er hat das schon zu Hause, wisst ihr, wie ich meine, Freunde, absoluter Schwachsinnig, absoluter Schwachsinn, er kann es verkaufen, natürlich für 60 Euro, freut er sich auch, aber das möchte ich nicht, ich möchte schon dann wirklich das einen verlosen, der wirklich dann das noch nicht hatte, wisst ihr, wie ich meine, und deswegen schreibt ihr bitte unten drunter, welches Pack ihr gerne hättet, aus allen Einsendungen wird dann ausgelost, ich mache dann zwei Kartons, einmal mit dem Licht, einmal mit dem Schattenpack und dann werden da die, wird dann jeweils immer ein Brief rausgezogen, ja, wir machen das ganz alles per Zufall und dann passt das, ja, denkt bitte dran, schreibt euren Absender mit drauf, damit ich auch sofort eure Adresse am besten habe, dann kann ich die Pack sofort am gleichen Tag noch wegschicken, ja, Einsendeschluss, Freunde, ist, geht der Monat bis 28, also bis Ende des Monats, ich weiß jetzt gar nicht, ob 28 oder 29. Februar, auf jeden Fall der letzte Tag im Februar, ist Einsendeschluss, bis dato muss der Brief drin sein, und am 1. März mache ich dann die Auslosung, dann kommt auch das Video direkt, denke ich mal, und dann wisst ihr auch, wer gewonnen hat. Ich mache extra ein bisschen länger, weil, ähm, ich möchte wirklich, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, was sie sich mehr wünschen, was sie sich vorstellen mit unserem Kanal, ähm, welche Verbesserungsvorschläge, ja, ich möchte wirklich, dass die Leute ein bisschen darüber nachdenken und mir dann auch was Produktives schreiben, damit, ähm, wir uns einfach, damit ich mich für euch verbessern kann. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. Gut, Freunde, ihr wisst Bescheid nochmals, vielen, vielen Dank an Activision für die Preise, und die Chaos-Fallee kommt in einem anderen, ähm, Gewinnspiel vor, wisst ihr dann auf jeden Fall Bescheid, ne, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück, ich bedanke mich jetzt schon mal an alle Teilnehmer, und in dem Sinne, Freunde, ja, war es das erstmal von mir, und ich hoffe auf eine ordentliche Teilnehmerzahl, ihr könnt nichts verlieren, Freunde, ihr könnt nur gewinnen, und falls ihr nicht gewinnt, dann gewinnt ihr in dem Sinne, wenn ihr mir eure Meinung schreibt, ja, alles klar, Freunde, Dankeschön, haut da rein, und tschüss. Vielen Dank.